Oh shit! Jetzt ist gut. Genau, wie gesagt, ich bin auf jeden Fall wieder hergelaufen, wo wir das letzte Mal gestorben sind und ich habe endlich herausgefunden, wie man nachladen kann. Ich glaube, am schlauesten ist es, wenn ich so schnell wie möglich rüber auf die andere Seite gehe. Oh, da kommen wir rein. Perfekt. So, genau. Einfach mit Air konnte man nachladen. Ich hoffe, das Mikrofon ist nicht zu laut. Ich schalte es mal ein ganz klein wenig leiser, weil ich höre mich selber auch schon sehr, sehr laut. So sollte besser sein. Hoffe ich doch. Und ja, lasst mal schnell gucken. Schalten Sie den Strom zum Labor wieder her? Also wir müssen auf jeden Fall in diesen Raum da reinkommen, aber die Tür war ja abgeschlossen. Shit. Ich hoffe, dass 50 Munition reicht, um das Vieh zu versche... ...zu verscheuchen. Nein, da kommen wir nicht hoch. Scheiße. Ich will da aber hoch. Da oben wäre ein Speicherpunkt gewesen. Okay, dann müssen wir wohl da vorne hoch. Zeig mal auf der Karte, wo bin ich denn jetzt hier? Oh, vielleicht reicht das, um in den Raum reinzukommen. Ich schwöre, davor habe ich ja am allermeisten Schiss, dass wir dem Vieh hier unten in so einer Röhre begegnen. Ich hoffe, das Ding ist nicht hier. Bin ich jetzt... Nee, ich bin gar nicht in dem Raum drin. Ich muss ja hier... Komm, ich kletter mal raus. Trotzdem. Wo bin ich denn jetzt? Ah, hier ist einfach auch so eine Luke gewesen. Ich muss ja da rein. Warte, ich gehe nochmal hier runter. Und guck, dass ich hier einen Schacht finde. Ey, ich würde sterben, wenn ich hier um die Ecke gucke und das Alien ist plötzlich dort. Ich würde echt sterben. Warte, von da sind wir gekommen? Nee, du... Ah, ich sehe jetzt auch... Die Röhren sehe ich jetzt auch von hier unten. Hier unten konnte ich lang laufen, aber da war nichts. Ich muss, glaube ich, rüber auf die andere Seite. Das kann gut sein. Warte, ich laufe jetzt nochmal hier rüber am besten. Ist das oben... Das könnte jetzt auch genau über mir sein, gell? Wenn ich jetzt aufmache und das Vieh ist da... Ich glaube nicht, dass das über mir ist. Ich glaube, das ist in den Röhren oben über mir. Es ist rausgekommen. Scheißdreck. Ist es rausgekommen? Nein. Stellen Sie den Strom zum Labor wieder her. Okay, jetzt müssen wir so eine Konsole finden. Das ist da links. Zurück, zurück, zurück. Scheiße. Nein. Scheiße. Geh wieder hoch. Boah. Glück gehabt. Aber das hat noch nichts zu bedeuten. Er kann auch wieder runterkommen. Zurück mit dir. Nein. Ach. Ich hätte vielleicht auch nichts machen müssen. Hätten wir es vielleicht geschafft. Ah. Scheiße. Hä? What? Wir haben überlebt. Wut. Wut. Wir haben überlebt. Wut. Bitte komm hier runter. Das ist jetzt richtig pissig. Ich trau mich gar nicht um die Ecken zu gucken. Nee. Scheiße. Ich will mich gar nicht bewegen. Oh. Scheiße. Scheiße. Nein. Oh. Das dreht ja voll durch grad. Kann man nicht noch leiser laufen? 16 005 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 definitely kam gefðilt sich mit ihr ihren wieder. Bitte kommen wir hier rau... Nein, hier kommen wir auch nicht hoch! Scheiße! Ich muss ganz auf die andere Seite gucken, ob ich da reinkomme. Ey, ich dachte eben grad echt, wir sind im Arsch, aber das ist abgehauen. Aber wie es scheint, hat sich das wieder ein bisschen beruhigt jetzt. Ich will dir meine Pistole nehmen, aber der Revolver, der bringt nichts. Und der Elektroschocker auch nicht. Da müssen wir rein! Wichser! Schreck mich doch nicht so, ey! Bastard! Da! Was ist das? Geht nicht! Wir müssen erst den Strom wiederherstellen. Da ist ein Schrank, für alle Fälle. Kommen wir hier rein? Bitte! Auch nicht! Okay, das scheint richtig zu sein. Ich weiß, wir kommen ein bisschen langsam voran nur. Aber glaubt mir! Okay, da können wir den Strom wieder einschalten. Das ist mir zu gefährlich, normal zu laufen. Das versteht ihr sicher. Oh! Flammenwerfer! Geil! Aber nur 25. Ich brauche mindestens 50, um das Vieh zu vertreiben, glaube ich. So kann ich eben nur ein bisschen Angst machen. Oh! Flammenwerfer, Taschenlampenbatterie. Geil! Alter, das ist ja ne scheiß Schatz... Pfff! Ne scheiß Schatz, wo wir hier gefunden haben. Okay. Erstmal gucken, ob ich noch was finde. Leer? Hier? Das Vieh ist da oben. Guck mal! Zumindest tropft da Blut runter. Ich muss schnell machen. Strom einschalten, unten rein und dann kann ich da abspeichern. Da sollte ich vielleicht nicht drauf treten. Das macht Lärm. Da kann ich speichern! Ich speichere erstmal, ne? Sauber! Jetzt den Strom einschalten? Halt erstmal hier... Ah ne, da ist nichts. Erstmal verstecken. Nicht, dass das Vieh jetzt erstmal runterkommt. Geschafft! Ich sehe eine Spannungsspitze. Verbinden Sie jetzt am Bedienpult im Zentrallabor die... Ey, wir haben fast keine Leben mehr. Wir verlassen uns auf Sie replay. Gefahrenstopp-Leck registriert. Shit! Wie konnte man nochmal Dings? Medikit benutzen. Ich hab doch mehrere. Ah, jetzt! Erhalten zum Aktivieren. Ah, jetzt verstehe ich es wieder. Okay. Ich bin wieder voll im... Ey, ich bin wieder voll in the game, Mann. Ich sag's euch. Voll in the game. Okay. Nein! Jetzt ist es wieder nicht mehr. Okay. Hä? Sieht ihr, es ist kein Medikit mehr hier unten. Ich hab keine Ahnung, was ich da falsch mache. Okay. Egal. Lassen wir das. Die Tür ist auf jeden Fall aufgegangen. Wartet mal. Wo muss ich überhaupt? Ah, jetzt muss ich rüber. Aktivieren Sie das primäre Alarmsystem. Rüber auf die andere Seite. Okay, da bringen wir die Tunnel nicht viel. Wieso müssen wir denn das Alarmsystem aktivieren? Oh, ich... Ich weiß es nicht. Ich hab keine Ahnung. Was ist das hier? Ein Sensor. Ja, ne, brauche ich jetzt nicht wirklich. Nach dem Part schaue ich aber... Auf jeden Fall erstmal kurz nach. Im Internet. Wie man Medikits wirklich benutzt. Warte, hier. Wo müsste das sein, oder? Ja. Hä? Nein! Oder das Ding da vielleicht. Wenn der... Wehe, der greift mich wieder an hier. Strom wiederherstellen. Hab ich doch. Oder muss ich... Nee, ich muss nicht unter die Röhre rein. Das glaube ich nicht, oder? Das ist hier oben. Da wäre vielleicht nochmal ne Tür gewesen. Warte, ich guck erstmal, ob unten in der Röhre was ist. Ich glaub das Vieh ist runtergekommen, oder? Ja. Das ist genau über mir. Okay. Ich muss in den Raum rein, wo gerade das Alien ist. Hier ist noch ein Raum. Hier ist ein Raum und hier ist ein Raum. Ah, hier von der Seite kommt man wahrscheinlich... Wir sind hier in den Raum reingekommen und hier kommen wir sicher von der Seite in den Raum rein. Hier. Okay. Das heißt, ich muss wieder raus? Oh, verpiss dich bitte wieder. Ich gehe weiter. Warte, ich warte kurz ab. Das wird schon irgendwann nach oben gehen. Ich gehe weiter, man. Das bringt ja nichts. Warte, wovon sind wir gekommen? Warte, hier müssen wir hoch, also müssen wir hier rechts. Wo ist das denn? Perfekt. Weiter. Warte, nochmal Karte. Hier rechts. Und ich hoffe, wir kommen da raus auf der Seite. Ja. Ich hoffe nur, es kommt in dem Moment jetzt nicht gerade runter. Das wäre mir echt zu viel. Ich habe eine Karte. Geradeaus rechts. Das 100 Pro hier. Ja. Aber wir sind schon in dem Raum. Die Tür ist ja offen. Ich hasse sowas. Äh, so. Warte. Das da. Das da. Das da. Das ist im Raum. Ist es jetzt wieder hoch? Wo müssen wir lang? Oh, wieder alles zurück. Natürlich. Also hier raus und dann hier rechts rum. Und dann da rein. Dann kommen sie aus dem Labor. Ich glaube, das ist wieder hoch, gell? Soll ich rennen? Nee, ich renne nicht so dumm. Nee, so dumm würde ich nicht. Nee, nee. Wir haben es soweit geschafft jetzt, Leute. Achtung, bitte verhalten Sie sich ruhig und gehen Sie zum nächstgelegenen Ausgang. Das ist noch unten. Kannst du mir nichts erzählen? Das ist noch unten. Das ist jetzt genau vor uns gewesen. Das wäre genau vor uns gewesen. Wartet mal. Komme ich von hier aus auch dahin? Ja, perfekt. Leute, ich laufe einfach unten durch und dann gehe ich hier hoch. Okay, das ist oben. Jetzt laufe ich. Lauf, lauf, lauf. Komm, 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 komm. Wir schaffen das noch mit epischer Musik im Hintergrund, dann ist das geil. So. Jetzt müssen wir warten. Geduld, Geduld. Stell dir vor, jetzt geht einfach die Tür auf und das Vieh kommt jetzt runtergesprungen. Das wäre jetzt einfach zu viel. Habt ihr das gesehen? Das ist gerade genau über der Tür durchgelaufen. Geh raus. Hoch. Hopp. Komm schon. So, jetzt. Ich hab das kurz geschnitten. Das hat ja ewig gedauert, bis das... Jetzt ist das wieder unten. Das ist hinter uns. Nein. Wie unfair ist denn das? Ich hätte rausgehen sollen. Scheiße. Nein. Jetzt sind wir wieder hier. Ich hab jetzt... Ich hoffe, das ist okay für... Ich hoffe, das ist okay für euch. Wenn ich das ab und zu ein bisschen skippe, wenn ich zu oft sterbe, damit ihr das nicht jedes Mal wieder aufs Neue sehen müsst. Damit wir auch ein bisschen vorwärts kommen. Ich glaube, hier können wir raus, ne? Halt, warte mal. Ne. Gut, okay. Ich probiere es trotzdem nochmal genau gleich durch den Tunnel wie eben gerade. Verhalten Sie sich ruhig und gehen in den zunächst gelegenen Ausgaben. Scheiße. Ich glaube, dass das extra so gemacht ist, dass das jetzt da oben rumläuft. Wenn ich wüsste, dass das... Wenn wir den Ausgang erreicht haben. Wartet. Wartet, wartet, wartet. Dann würde ich durchrennen. Wenn ich wüsste, es würde laden dann oder so. Wisst ihr, was ich meine? Dann würde ich einfach durchrennen. Aber wenn es danach... Wenn es danach, dann heißt es, geh noch durch den Raum, durch den Gang und so, dann kann ich nicht rennen, weil das Vieh ist einfach zehnmal schneller als ich. Scheiße. Ich darf mich nicht bewegen. Oh, scheiße. Ich... Ja, nee. Den Flammenwerfer, den will ich nicht verschwenden, wenn ich nicht muss. Ich muss. Das ist hinter uns. Nee, doch nicht. Geh hoch. Das ist eigentlich relativ weit weg, glaube ich. Aber ich kann es nicht riskieren. Verpiss dich, bitte. Ja. Was soll das denn jetzt? Was soll das denn jetzt? Das Vieh ist doch gerade noch hier. Rein wieder. Warte, wo muss ich hin? Zur Luftschleuse. Natürlich genau auf die andere Seite. Ich hoffe, das Vieh kann nicht trotzdem runterkommen. Ich muss mich jetzt beeilen, glaube ich. Ich glaube, die Station befindet sich gerade im Fall, in dem Teil, wo wir gerade stecken. Was, hier war es doch, oder? Zeig mal. Nein, ich muss noch viel weiter. Guckt euch das mal an. Ah, da, wo der Android ist. Normalisieren Sie den Druck in der Luftschleuse. Wahrscheinlich mit dem Schalter. Bitte begegnen Sie sich zur nächstgelegenen Luftschleuse und warten Sie auf die Notfallplanerkündigung. Luftschleuse normalisieren. Oh, okay. Das Vieh ist hier. Wo muss ich denn hin? Verpiss dich. War das knapp? Wo muss ich jetzt hin? Warten Sie, bis die Druck... Ah. Ich muss wieder in die Tür dann rein. Komm, verpiss dich wieder, bitte. Bitte. Jetzt muss ich in die Tür rein. Aber nicht, solange das Alien da oben noch rumläuft. Habt ihr das gesehen? Scheiße. Oh, jetzt hätte ich mir eine Flammenwerfer-Munition gebrauchen können. Komm, verschwinde. Jetzt. Los. Los. Wow. Wow. Geschafft. Oh, oh, oh. Macht zu, macht zu, macht zu. Yes. Oh, shit. Halt's auf. ❤ Was ist contract? Oh, oh, oh. Oh. Oh, lord. Oh. Oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Als ob man den Schalter jetzt da einfach so findet, ne? So ein Durchzufall. Ist okay. Ich würde nicht mal checken, wo oben und unten ist. Jawohl, wir haben es geschafft. Wir sind wieder ein ganzes Stück weiter gekommen. Nicht jeder auf der Station ist... Okay, so schnell kann ich gar nicht lesen. Okay. Jo. Das ist ein Speicherpunkt, Leute. Das bedeutet, ich verabschiede mich an dieser Stelle. Es war ein richtig geiler Part gewesen. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich würde mich über ein positives Feedback natürlich wie immer freuen. Gebt mir einen Daumen nach oben oder schreibt mir ein nettes Kommentar. Wie gesagt, ich bin noch am Plan wegen Livestream, wann der nächste jetzt stattfinden wird. Ich werde dazu sicher noch ein Infovideo hochladen. Aber ich schnagel schon wieder viel zu viel. Also ich schnagel schon wieder viel zu viel. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Leute. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Halten Sie die Ohren steif. Euer Nier und ciao. Tschüss. 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 Tschüss.